Willkommen zurück in Rocket League mit Freak Wow! Raid Hallöchen Und Kashimedo Hallöchen So, ah, ich muss ja suchen Ich wollte jetzt mal ein bisschen Halloween-Stimmung reinbringen, denn wenn diese Folge erscheint, sollte es schon Halloween sein, obwohl vermutlich schon bei euch vorbei, ne? Ja, bei dir kommt die Folge, denke ich, im Dezember, ne? Nee, die Folge kommt leider gar nicht. Nee, die Folge kommt nächstes Halloween, sorry. Nee, wir sind hier, also mit der Folge sind wir über Halloween schon rüber. Ja, die kommt am 1. November. Ja, passt ja fast. Einen Tag vorher war Halloween, dann... Nach Halloween. Meine ich doch, sorry. Hau dich die Kacke! Oh, 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 oh. Ähm, ja, was gibt's zu erzählen? Es ist immer noch dieselbe Aufnahme-Session, in der wir so richtig geil gespielt haben beim letzten Mal. Wenn die letzte Folge nicht gesehen hat, einfach mal reingucken. Oder besser nicht. Jetzt hast du doch schon gespoilert. Was denn? Der war zu gut lief. Die soll nicht mal so gute Face von uns sehen. Das macht er da? Okay. War gar nicht so scheiße. smile. Oh,這些, das macht dochbursehhhhh. Oh,还是 nicht sicher, das macht das Motorrad Chiamainhoh-Mack. Oho, OO, OO. Oh, 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 oh! In Gelt, spring! Oh. Alles cool. Ja, war so geplant. Ja. viel zu unentspannt alle wieder mitte oder eine der ist aber ganz schön am fliegen hier der eines afk ich mag das jetzt wirklich auf karte spielt nicht mehr und er war wieder am fosten verdammt das gibt es nicht oder die haben bei mir eine magnetische anziehungskraft ich weiß auch nicht das kann auch daher kommen bin ich nicht ich mache einfach irgendwas du kommst nicht vorbei ja und in die mitte in die mitte in die mitte das hätte nichts gebracht ich musste dich aufhalten schwerfällig ach schade okay ich meine stadionrunde stadionrunde beendet ich bin in der stadionrunde ja und mit knall beendet ha 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 alle drei sind wollten den bus und ich habe ihn geklaut meine schuld ich dachte ich bin bei mir hier rein ach ach mönch ja meine schuld da hat einer den ball blockiert von denen oder kommt er kommt er kommt er kommt ah joda dieser joda macht sein mit ihm befreiungsschlag eingeheizt macht lieber ein tor genau nämlich ein beispiel an mir ich drehe nur noch meine runden weil ich das vor geschossen habe ich werde wahrscheinlich keine freunde damit ja 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 er hat ein tor gemacht er hat ein tor gemacht alles gut war da ist dein tor luck war alles so geplant ne ja ich hätte mir gewartet wie es eine mecker damit ich dann ein tor machen kann oh der kommt mit dich so da verdammt ich hasse star wars ich hasse star wars entschuldige bitte ich habe ihn auch fast abgestaubt aber ich hätte ein bisschen mehr nach rechts bringen müssen egal wieso habe ich keine vorlage bekommen so guckt an den himmel und ihr werdet mich sehen da hat noch einer aus dem anderen team die idee welche drecksau vor allem da merkt man wer aufnimmt und wer nicht ja das tor erst mal gucken was abgeht so bist du gelandet oder ja ja ohne aufnahme klar wir aber nicht weil oder wollt ihr noch mal einfach bereit 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 wir warten auf dich ach so ja ja da war die hand schon wieder in der hose natürlich falscher steuerknüppel eure worgen steuerknüppel revanche 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 wenn der bus leer was ist denn da wieder los da ist man einmal nicht da ne ja da war gar kein torwart doch ich stand da ich hab nur nichts getan weil ich den Ball nicht gesehen hab jawoll oh Pfosten ich musste nicht missbrauchen ja ja nein nein hätte ich boost gehabt ne werde ich verhindern können doch da wäre ich jetzt da noch hingekommen aber so hat er mich weggehauen auch noch ingelt habe ich bei dir auch noch etwas getan ja immer auf dem weg alter alter das könnte meine schuld gewesen sein ich habe da hinten ein kaputt gemacht dann habe ich Kashimedo weggehauen. Obwohl, ich wollte ihn in den Ball treiben. Okay, wollen wir jetzt versuchen, noch was zu holen, oder? Können wir. Weil irgendwie stoßen wir uns die ganze Zeit gegenseitig hin und her. Oh. Diese Marokkio, ey. Nein! Nein! Wohin? Wer hat sich jetzt schon wieder angestoßen? Oh, da. Ich weiß schon, wieso ich das damals nicht mag. Mitte! Komm! Nein! Wie sie alle angehämmert kommen ins Tor. Schön. Oh, ein Event. Was für ein Event. Pixel-Cocoon hat einen Stream gestartet, oder so. Wer ist Pixel-Cocoon? Ja, das ist... Pixel-Cocoon ist Pixel-Cocoon. Aber wer ist Pixel-Cocoon? Ein YouTuber. Mit dem habe ich sogar schon zusammen aufgenommen. Endlich? Ja, Minecraft zum Beispiel. Okay. Der geht aufs Tor. Pfosten, ja! Schade, der den zerstört, dass er gerade das Tor verhindert. Mitte. Ich bin Mitte. Mitte. Ich bin Mitte. Falsche Mitte. Nein! Oh, nein! Der Yoda! Aber ich habe wieder für eine Explosion in der Wiederholung gesorgt. Ja, es ist doch ganz schön spät schon, ne? Soll ich jetzt das Spielchen mitspielen noch nicht? Ja, wir haben es schon ziemlich spät. Wir haben es mitten in der Nacht gerade. Deswegen sind wir alle auch nicht so gut drauf. Ne, ich meine jetzt von der Zeit her, von der Spielzeit. Ach so! Das ist knapp wird. Ja, du haben es ja. Oh! Wieso haue ich... Ja, ja, ja! Ich habe nur Raid das Tor ermöglicht. Guck, Raid, ich habe deine Konkurrenz ausgeschaltet. Guck! Und schön über den anderen Drieber und ins Tor. Okay, ey, wenn Raid ein Tor macht, dann sind wir anderen noch jetzt heiß, auch Tore zu machen, oder? Ja. Sehr schön, bitte. Toll. Es war keiner da. Ich habe Raid im Boost geklaut. Ja, sonst hätte ich vielleicht was holen. Ja, ja, klar. Wer hat nur ein Tore, hä? Wer hat nur ein Tore? Nein! Die auf jeden Fall nicht! Oh nein, so ein Flieger im Team. Okay, alle auf einem Haufen. Freak ohne Boost. Bitte! Na ja, mehr oder weniger, ne? Nein, Alter! Weg da! Haha, mein Boost! Ich habe sowieso 100. Na toll, danke. Oh ja, sehr schön. Was war da los? Oh. Wir waren irgendwie nur zu zweit bei unserem Tor. Ach, da war gar keiner bei unserem Tor. Ja, schön, dass alle nach vorne heizt. Ja, ich bin weg! Wie, ich wurde zerstört? Ich habe jemanden zerstört, aber wieso war ich zerstört? Bitte! Das kann man so sagen, ja. Falsches Tor-Raid, ne? Komm, kannst du auf die Sicht des Betrachters anrufen. Oh, der ging nicht rein, das ist ja ärgerlich. Ja. Nein, ich habe keinen Boost gehabt, verdammt! Und das war's. Na ja, drehen wir noch eine Stadionrunde. So, hi! Sogar ein Ball mitgenommen in der Runde. Ja, und ich stehe einfach mal genau senkrecht. Ja, ja. Ja, zwei chaotische Runden sind vorbei. Mal schauen, ob es besser wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Tschüss!